so da sind wir auch schon wieder zurück hallo ihr beiden hallo hallo noch immer der grubi noch immer der kevin daran glaube ich nichts ändern oder erst mal noch nicht noch fragen ob ihr jetzt schon weg seid ich hab's doch gefläht so wir sind rausgeflogen deswegen starten wir wieder hier unten ich stand eigentlich schon bei diesem feuer machen müssen die axt und die spitzacke da war der schwanz von dino vorne ist ein strahl toby ja ich war gerade da aber mit level 8 wird das noch nichts dann müssten wir jetzt noch mal was knuscht an nicht da ist ja nicht so gut hat jemand was zu essen ich habe gerade ein bisschen dodo gekillt ja da würde sich anbieten ach wobei die schmecken ja auch als gießen probieren wir die mal sobald ich aufnehme tut sich da was so genau ich habe ja noch zwei fondations die ich noch platzieren wollte was stand da schnell reißen und wenn ein bett abreißen ich dachte dass wir haben wir schon komisch es ist automatisches bonk alter die kackt gleich nicht mehr die kriegt dünn pfiff bei so vielen bären ein bisschen fleisch nicht noch drin im feuer wir wollen wir uns dann machen mit dem haus bist du das schon was meinst du wie groß noch also nach rechts würde ich noch gehen ehrlich gesagt oder 4x4 ja ja dann brauche ich auf jeden fall wieder ein bisschen holz wollen wir dann also nach links mehr oder nach rechts vom bett aus gesehen links oder da wo du das bett guckst wenn ich drinstehe also nicht zum wasser da können wir nicht bauen ja nach links dann wenn du aufs wasser guckst wenn beim bett bist soll das bett in einer ecke stehen jahre gut ist gerade so also ist dann hier hier nicht mehr weiter dann hier weiter ran okay man muss man ja wissen dann könnte ich ja nämlich schon mal ein paar wände stellen muss man das immer wieder drücken ja leider das ist ja nicht so gut aber wir könnten hier noch eine terrasse eventuell hinbauen ich lass das mal hier so 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 ähm ist das ein haus oder ein hotel weil hier gerade der dino gelandet ist entschuldigen sie wir haben noch nicht geöffnet meist geht ab die tür tobi machst du tür oder kann ich gleich machen dann würde ich sagen machen wir zwei türen dann können wir noch eine terrasse nach draußen machen mit zauern das vielleicht ganz schön so so wie das feuer aus so 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 das brauche ich selber okay stehen hier schon zwei dinos wenn ich noch ein paar wände zu machen was ist denn der baum da macht jemand fleisch ich habe eins mehr also ich habe eben aus versehen das letzte gegessen weil ich die pappel anmachen wollte ja warum ist ja immer so finster youtube regel das eh noch mal runter dann sieht man gar nichts mehr das ist ein aktor macht platt schaffe ich die ich weiß nicht was waren die letzten worte deine letzten worte schaffe ich die dafür wohl nicht bespucken müssen wie so oder ist es gewesen aber geschafft der umwelt ein stück das problem habe ich auch gerade meine blöde achse ist kaputt muss erst mal feuerstein sammeln ja auch noch ein oder so wo wir knüppeln neue axt dann stelle ich jetzt noch mal eine drei weitere steinwände steinwände vor allem ja und ich hole die tür ich hole die tür haben ich hole die tür ich hole die tür ich mache das wird es wieder tragen sehr schön ich habe die holzwand schon ja mach du das ich habe die holzwand schon ich muss dringend was essen ja nun auch wo ist denn das da gesundheit 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 danke sehr eine holztüre ist hier noch ok Mist wo ist das denn lebe die steinschleuder steinschleuder damit habe ich ihn bewusstlos geschossen wen ein spucker auf distanz ein spucker warte warte mal ich muss meine foundations platzieren dann stelle ich die tür her stelle ich die tür her alles klar hoch das wollte ich gar nicht noch so ein ding her stellen vorsichtshalber ok ich komme noch einmal überladen was ist da los dann stelle ich noch das hier her das ist total unruhig du hast die rohstoffe verbaust sie einfach nur wir es aber total leicht dadurch aber wer bin ich der das anzweifelt ein schluck drücken ein bisschen holz und da kann ich die letzte foundation bauen ja habe ich holz ich habe 10 13 holz habe ich gucken wie vielen fehlen mir oh fehlen mir leider ein paar mehr ich habe auch noch 49 64 brauche ich insgesamt vollstück zu vielleicht liegt da nicht dran was rum vollstück da glaube ich doch doch manchmal stehen da so so dinge rum halt so hat dieses tote holz zeug ja ja ist das blöd in der mitte soll ich das rechts oder links machen ich habe es jetzt mal mitte gemacht den eingang kann man machen oder kann man machen kann man machen die tür die ist hier außerdem ist ja eh nicht mit dich kommt ja noch eine reihe dran ah ja 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 gut das ist ja aber nicht schlimm das habe ich nicht bedacht Tobi wie hast du die tür gesetzt damals als wir es nicht gespielt haben war reingesetzt ja wie denn ausgewählt und reingesetzt ich holztür kann nicht gesetzt werden ein einraste punkt ich raste gleich aus du hast du siehst du jetzt rot rumschwebende nein ich kann nichts wie willst du die aus im menü gehst du rechtsklick und benutzen du musst du linksklick einmal draufklicken und dann auf benutzen holztür kann nicht gesetzt werden was machst du falsch guck das video an hier Tür ist drinne bitteschön sowas gebe ich mich gar nicht erst ab so und hier könnte man theoretisch wirklich eine Terrasse lassen wenn ihr wollt oder nach hier aber hier könnte man eher ich habe keine Ahnung gibt es Glas? wahrscheinlich nicht ne das ist alles unbekannt was ist das? Trainingskurve gibt es Glas in diesem Spiel? Bärenfallen oder Fallen generell gibt es Feuerlöscher oder was ist das? Feuerlöscher Sieht so aus Teppiche also ich denke mal irgendwann wird es auch Glas geben mhm Strom ein riesen Haufen Dinokacke hier gerade also wenn das hier weiter geht dann könnte man hier und da hat schon viel schönes schon viel schönes so tschüss Mikro was? irgendjemand hat das Mikro umgehauen und dann könnte ich die zweite Fackel noch hier hinsetzen Lern mal einen Kochtopf weil ich die Frau bin oder was? mhm? wenn ich die Frau hier im Spiel bin muss ich einen Kochtopf lernen also ja zum Craften halt ja warte so habe ich gerade gelernt ach du lernst einen Kochtopf ich habe gedacht es wäre eine Aufforderung dass ich das gefälligste lernen habe huch huch Tobi wie sieht es aus mit den Türen? die Türen du wolltest hier die Tür einsetzen ich dachte das hast du schon es geht nicht ganz leicht ich habe ein kleines Beet gelernt falls wir hier wirklich einen Balkon hin machen wo ich stark dafür wäre also nochmal eins 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 zwei drei vier 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 Foundations nochmal bitte ich mache erstmal die letzte hier ja und dann nochmal vier sehr schön dann wenn du hier auch eine machst dann würde ich das hier so machen also dann könnte man hier hin noch so einen kleinen Balkon machen bevor können wir glaube ich nichts mehr bauen doch mit einem dach dann aber das könnte man so ein steg oder gucken also wenn ich eine normale foundation hier vorne noch hinsetzen kann der reihe dann würde ich ja den balkon richtung mehr blick machen man eine schöne tür die ich jetzt hier gesetzt hat oder wir machen hinten da noch das lager ein hallo ich kenne es ja auch nichts mir war guckt komm mal tobi ja hier habe ich erst gedacht der balkon aber er will mark den balkon dann hier hinhaben dann könnte man ja hier auch oder vier stück noch an kriegen das müsste ich dann testen dazu brauche ich nur erstmal eine menge holz kann man jetzt noch schnell holz holen ein bisschen mehr holz könnten hier eigentlich auch eine brücke drüber machen kann ich denn durch ist da jemand keiner da fisch ist der böse fische sind generell böse nö der macht nix du hast zwei fundamente und holz ist ade naja ich bin hier drüben ich hole dir holz so ja ich kann hier noch eine reihe hinsetzen mhm einer ja ich glaube du zwei machen kannst also vor den ganz rechten kann ich noch einsetzen ich kann hier nur eine reihe noch davor setzen eine zweite reihe geht nicht mehr ja dann haben wir einen kleinen terrasse eine kleine aber guck mal beim lager kannst du da noch so ein viereck dran machen dass die tür nicht umsonst war ja ja ich kann da ja dann auch noch eine reihe vormachen du hast nur drei breit gemacht guck mal nicht vier mal vier mal ach nee da hast du zwei gemacht ja davor kannst du keinen mehr setzen oder? davor kann ich keinen mehr setzen ne rüber auf die andere seite schwimmen das ist näher dran mhm bin ich auch grad erst mal 50 Bärn reingepfiffen mhm ach dann brauchen wir auch noch mal wenn dann mal ein bisschen Risiko machen muss man es mit Risiko 3 14 Krizeratung willst du aber auch immer wissen ne 3 Horn mhm mit Pfeil und Bogen sollen die überhaupt kein Problem sein ich hab nur eine Steinschleuder wenn du die alle auf uns Akko machst ne mhm so kenn ich dich nicht mehr Steinschleuder tötet sie auf jeden Fall sich die macht sie nur bewusstlos ja dann kann ich so alter du hörst dich an beim Hacken ja warte mal ab weißt ich was anderes macht das ist nur das Hacken ne nein ich suche was nicht Risiko Risiko fehlgeschlagen niederbeleben bei Respekt Na ja, ist ja schön. So, herstellen. Die fasern schon wieder. Was fasert die denn? Okay. Hier hat sich's komisch an. Hier zirpt irgendwas. Du hast aber nicht den schönen Baum... Du hast den schönen Baum weggemacht. Ich hab extra gesagt, ich find den schön. Onion. Du zerstörst die ganze Umwelt. Kaum ist der Mensch da. Hm. So, herstellen. Hm, Stroh. Und nochmal zwei herstellen. Sehr gut. Okay. Ah, gibt's auch kleine Zäune? Weiß das jemand? Ja, gibt es. Okay. Wie heißt das? Holzzaun. Da ist dir nix passiert, ey. Wo steht denn das? Ah ja, Holzgeländer. Was hast du hergestellt jetzt im Moment, Tobi? Tobi? Was ich schon kann? Ja. Ich könnte noch einiges machen. Magst du den Holzzaun dann machen? Das Holzgeländer? Dann brauchen wir noch Holzwand. Dann mach ich das wieder. Äh, Holz... Holz... Ich könnte ein Steinwasserrohr machen. Ein Steinwasserrohr? Was für ein Verbesserungsrohr machen wir für den Kartenbastand. Dann können wir auch, ja. Herstellen. Holzgeländer, Holz. So, nur noch zwei Fundamente. Aber Kisten bräuchten wir. Mach mal, bräuchten wir auch Stößel. Mhm. Teil. Windpilver mach ich auch mal. Kisten bräuchten wir auch noch ein paar. Kann ich machen. Ich hol's ab. Hä? Donuts, oder? Hm. Huch. Der Dino hängst du es. Ganz dringend zurückkomme, bevor ich verhungere. Ist da noch Essen im Feuer drin? Wie gesagt, die blauen Beeren, die helfen auch ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut, aber ich bin leer und kriege schon langsam Schaden. Hm, okay. Riesenfisch, Riesenfisch. Macht der was? Sag mal, hallo. Welche Fische machen denn was? Nee, ich begrüße keine Nachbarn mehr. Keine Ahnung, sie sehen aus wie ein Piranhas. Dicke Piranhas. Große? Die sind relativ groß. Kleine Kacker hier. Pisch, schwimm schneller, du Sau. Die Kleinen scheinen nix zu machen. Bitte lass mich leben, bitte lass mich leben. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Ich hab gelogen, ich will gucken, ob ich Fisch essen kann. Komm her. Fisch. Kommt. Fisch auf den Tisch. Ich hab' auf den Fisch gekackt. Guck mal hier, ich bring' Footie mit. Guckst du. Bisschen klitschig, Achtung. Lass doch mal den Fisch los. Hier ist Fisch. Können wir nur noch ein bisschen zerlegen. Boah, Fisch. Mach ich denn das Ding wieder an? Oh oh. Oh ja, passt doch Holz. Kann mit dem Brennstoff drin sein. Aber eh bloß. So, wo soll ich die Kiste hinstellen? In das Haus? Nee, dann äh. Hier. Wenn Kevin die Fundamente da noch hin macht. Dann wär hier unser Lager quasi. Wenn das okay wäre. So, hast du noch ne Tür? Brauchen wir ne Tür? Geht noch eins? So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Dann könnte ich noch zwei Fundamente bauen. Bitte. Ist das? Kann ich die nehmen? Das ist ja nicht so gut. Ich kann hier keine... Toll. Ach, wolltest du die Wand machen? Ja, hier geht. Aber auf der anderen Seite nicht. Hier geht nicht? Nein. Okay, dann müssen wir mal... Kannst du die nochmal wegnehmen? Ah, nein, 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 nein. Jetzt glaube ich die Hälfte an Rohstoffen wieder. Aber jetzt kannst du sie wahrscheinlich nicht mehr hinstellen, ne? Doch, fast. Ich dachte, du wolltest hier Geländer hinmachen. Na, ich hab's Lager. Lager ist Lager. Geländer kommt hier hin. Wollten wir dadurch noch zwei Fundamente hinmachen? Wollt ich. Wenn das Lager größer ist. Dann passt hier nicht viel rein. Ähm. Ähm. Wieso kann ich die Holzwand nicht abreißen? Oh. Geht doch. Wartem seht der Timer abgelaufen ist. Okay, okay. Toll. Herstellen. Okay, jetzt kann ich keine Dinge, aber eine Tür könnte ich nochmal herstellen. Noch eine Holz, dann kann ich noch das vierte Fundament bauen. Wie viel Holz? Hm? Wie viel Holz? Ähm. So, ich habe 18 und brauche 80. Ups. Wollen wir dann... 63. 63, ja. Aber hier kann ich ja die Wand schon dran machen. Ja. 69. Wollt ihr dann nur ein Viereck als Lager haben, oder hier auch nochmal? Doch, nochmal. Eins, zwei, drei. Noch drei Fundamente. Eure Haare wachsen komplett. Warum denn meine nicht? Warum wachsen nicht? Doch, deine wachsen. Was dann? Chicksie so aus. Das ist ein Pixie-Schnitt, das muss so. Was ist daran falsch? Was tust du? Ah, das schon. So, der drauf. Äh, ja, dann hier. Wir wollen das denn hier machen. Sag du uns die Zeit. Zeit sagt... Oh, Folgenende. Na gut, dann bauen wir das nächste Mal weiter. Aber hier können wir ja nochmal überlegen, ob wir dann noch raus wollen, aufs Wasser mit so einem Steg. Oder nicht? Ne? Wenn es denn geht. Wenn es denn geht. Müssten wir mal schauen dann. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Vielen Dank.